Und wir sind wieder zurück bei Halo The Master Chief Collection und ich klicke direkt mal weiter, denn wir machen hier Halo 4 Spartan Ops, denn... Oh, die Musik, das muss man einfach mal wirken lassen. Ich liebe die Halo Musik, also gut. Ich habe mir gesagt, die Spartan Ops Mission, die möchte ich auch noch machen und wir fangen an mit Nummer 1, natürlich. Ich weiß nicht, ob es gut wird, ich habe keine Ahnung, aber wir, wir, das muss ich anders machen, wir müssen hier über Start gehen, ne? Wir gehen über Start, ich habe Legendär, äh, nicht Legendär, Heldenhaft bereits eingestellt, jo. Okay, fängt sehr speziell an, keine Cutscene, na gut. Spartan Serapama, Infinity Commander an alle Einheiten der Navy, Army und Marines. Ihr könnt durchatmen, die Spartans sind da. Spartan Milan, Feuerteams Castle, Majestic, Domino, Ivy und Crimson. Hier sind die Koordinaten für den Einsatz. Crimson, ich bin heute Ihr Führungsoffizier. Crimson, wir setzen Sie hinter den feindlichen Linien ab, um die Marines unter die Arme zu greifen. Sie haben den Commander gehört. Wir sind hier, um ein paar Leuten Vernunft beizubringen. Okay, Vernunft klingt nach was? Crimson, hier Commander Palmer. Ihre Mission besteht nicht nur aus Chaos und Verwüstung, so spaßig das auch sein mag. Miller, markieren Sie die Ziele. Schon dabei, Commander. Moment, so. Das sind Energiekernis zur kabellosen Kurzstreckenübertragung. Zerstören Sie sie, oder die Allis errichten Basen, aus denen wir sie nur schwer rausjagen können. Allianzfahrzeuge stehen zur Übernahme bereit. Komm, Junge, steig noch auf. Dann machen wir das zu. Warum steigen die da aus? Ach, Jungs. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gut, so. Und jetzt gehe ich hier rein. Und wir fahren damit rum. Ich will eine Truppe zusammenstellen. Die Marines machen mich jetzt schon wieder sick. Komm, hopp. Nein, Jungs. Na gut, dann nehme ich wenigstens den mit dem Raketenwerfer. Du musst nicht hin... Oh, die sind Marines wieder. Ihr seid doch so bekloppt. Gut, wir töten. Wir töten einfach mal alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Unheilige Scheiße haut das gerade rein. Okay, scheiße, da haben wir die Rave. Aber wir sind schnell. Ich seh's, haut drauf. Warte mal, du hast da das Geschütz oben zerstört, ne? Nein, nicht das Geschütz, sondern den Punkt, den wir da angreifen müssen. Komm, und... Oh shit, oh shit, oh shit. Na, Gott sei Dank. Sehr gut. Also der auf diesem... Das ist ein Gauss-Gewehr. Ich brauche keinen Mitschnitt. Melden Sie sich, wenn die anderen drei ausgeschaltet sind. Sie ist so sympathisch. Das nähert sich eben viel aus meiner Position. Aber der, der hat's im Griff mit dem Gauss-Dings. Hau weg, hau weg, hau weg. Komm. Ja, Gott sei Dank haben wir den Raketenwerfer noch. Oh fuck. Wenn wir hier umfallen, haben wir ein massives Problem. Okay, 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 wir müssen ein bisschen weiter. Ich weiss nicht, wie lange mein Fahrzeug das noch mitmacht, aber ich hab Spass. Scheiss, ja, da unten. Oh, der war böse, der war böse, der war böse. Hast du ihn? Sagen wir bitte, dass du ihn hast. Ja. Halleluja. Gut. Okay, ich glaube, ich hab weiter hinten einen noch vergessen, aber das ist gar nicht so tragisch. Höh! Ja, läuft. Läuft, so wie es lau... Läufen muss. So wie es laufen muss. Läuft. Das ist gut. Okay. Wir duuten den Rave noch, wir probieren es noch mal. Komm, 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 komm. Das verdammte Ding erwischt mich alles Tages noch. So, jetzt haben wir alles. Sehr gut, Jungs. Wie wechseln wir das Fahrzeug, meine Herren? Los, 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 los. Ja, und jetzt da runter und haut alles weg. Ich fahr' gerade super geil. Oh ja, das ist besser. Oh ja, das ist besser. War nicht präzise, aber das ist besser. Oh, 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 oh. Aber am besten nicht uns quillen. Okay, das Ding macht mir Wumms. So, hier mit der Präzision. Verdammt. Jawoll. Jetzt, uh, ah, das Hauptding weg. Komm, geschützt, geschützt, geschützt. Habt ihr aber vor... Eben, ich wollte sagen, vorhin drauf gebaut. Ich hab so Angst, dass der irgendwas trifft und mich mitreißt in den Tod. Okay, dann sichern wir das Gebiet. Komm, das ist doch ein Flakgeschütz, ne? Das können wir sicher als Flakgeschütz brauchen. Zielen und töten. Und... Hopp, 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 hopp. Geh raus. Genau. Nochmal, 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 nochmal. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal. Genau, genau, genau. Mach ihn fertig, bevor er überhaupt landet. Saubere Sache. Ach du scheiße. Das ist nicht gut. Oh. Oh, 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 oh. Pup, das ist eben kein gutes Ende hier. Bleib da noch mal. Okay, probieren es nochmal. Nein. Oh shit. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Wow, was für ein Move. Wir haben verdammte Raketen-Werfer. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Stirb. Gott sei Dank. Junge, das war ziemlich unglücklich, dass unser Meringus starben ist. Ich weiß, dass das Ding nicht mehr lange hält. Aber wir pflassen euch jetzt da hinten zu. Das wird ne heikle Sache, wenn du fährst. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Fahr weg. Weg, 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 weg. Falsche Richtung. Ich entlasse dich wieder. Wir haben einen Phantom im Anflug. Halleluja. Er hat sich da selber in die Scheiße manövriert. Ernsthaft ein Problem. Müsste da nicht... Ah, da ist noch ein funktionstüchtiger Rave. Den schnappen wir uns nachher. Ich brauche da was Präzises eigentlich. Haben wir nicht irgendeinen angefrackten Ghost oder so? Ich glaube hier hinten. Mit dem haue ich durch. Ich spretter durch. Ja, das ist ein verschmortes Teil. Das kann man nicht mehr brauchen. Na gut. Ah, da. Wir nehmen dich und dann geht's ab. Durch die Mitte. Ist das eine Versorgungsstation? Ja, in der Tat. Man kann hier Munition geiern. Gib mir den. Und die fahren direkt los. Jetzt haue ich euch weg, Jungs. Verdammte Elitenabschau mir. Oh, das Ding zieht aber nicht weit nach vorne, Mensch. Boom. Boom. Ja. So ist gut. Oh, scheiße. Zweiter Panzer. Verstärkung mit dem Anmarsch, Cripsen. Neiße, wenn du mich... Ah, das ist nicht gut. Ah. Oh, ich habe hier einfach einen Respawn. Habe ich auch noch einen Marine. Nein. Das nicht. Verdammt. Also gut. Dann halt noch mehr Offensive. zu Fuß. Zu Fuß. Und ihren Schuss aufladen und mich dann so kalt erwischen. Das wirkt... Was ist das? Es sitzt eigentlich drauf. Ich hoffe, Grunt. Fuck, fuck, fuck. Tja, jetzt habe ich Schwierigkeiten da durchzubrettern. Wir probieren es mit dem Ghost. Ich sehe gerade, dass wir da noch Waffen haben. Aber sicher doch. So. Komm her. So, jetzt flippe ich die am Arsch. Wow. Verdammte. Scheiße. Ich meine natürlich, ähm, ja, war alles geplant so. Scheiße. Warum sterbe ich so viel? Gehe gar nicht. Tolle erste Folge. Spartan Ops. Gut gelungen. So. Funktioniert einer von beiden noch? Ich hab die stille Befürchtung eben nicht mehr, ne? Nein. Doch. Das Ding läuft. Na gut. Dann springen wir jetzt die Horde da oben. Und ich glaube, dann ist fertig. Gut, die haben sogar Eliten, äh, Jäger. Eliten und Jäger. Na, das kann ja heiter werden. Und natürlich haben sie... Uh! Ist er nicht so standhaft, wie er glaubt. Glaubt. Gut zu sein. Ja, ich... Glaub nicht, dass ich noch viel aushalte. Kommt schon, Jungs. Einfach tot gehen. Es ist nicht schwierig. Der eine macht's vor. Der macht's nach. Oh, man. Oh, man. Die sind schon alle markiert. Achso, nochmal extra. Okay. Na gut. Hier soll's recht sein. Ich glaube, ich muss irgendwo ein bisschen offensiver. Wollte ich gerade sagen. Dabei... Geh ich fast down. Okay, jetzt da aber. Zwei noch. Einer noch. Und keiner mehr. Puh, 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 puh. Na gut, Pau, der Flieger ist unterwegs. Zurück zur LZ. Na, das ist die LZ. Das ist aber angenehm, dass ich da direkt hier hochkomme. Ich weiß nicht, ob ich in der nächsten Mission die Waffen mitnehmen kann, aber ich schnapp hier mal ganz kurz ein paar gute Waffen. Commander Parmon, Mission erfolgreich. Crimson ist auf dem Heimweg. Jetzt schon? Die anderen haben noch alle Hände voll zu tun. Beeindruckend, Miller. Glückwunsch ans Team. Tja, Crimson. Ich habe Commander Parmon noch nie Komplimente verteilen hören. Das ist keine übliche Leistung. Wir sehen uns auf der Infinity. Das klingt doch nach was. Darf ich jetzt einsteigen? Danke sehr. Gut, so. O-O-O-O-O-O-O. Amen.